Heute geht es um die wichtigste Ausrüstung für dich im Herbst, sowohl wenn es um Komfort als auch wenn es um Sicherheit geht. Deshalb zeige ich dir, was ich bei Touren jetzt im ganz, 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 ganz späten Sommer, Experten würden es Herbst nennen, so dabei habe. Los geht's! Die Bergtouren im Herbst sind was Besonderes, sie werden aber leider massiv unterschätzt und spielen eine sehr untergeordnete Rolle im Bergsport. Deshalb möchte ich kurz an dieser Stelle Werbung für den Herbst machen. Ihr habt nämlich aktuell, also so zwischen Mitte September und Mitte November, einige Vorteile gegenüber dem Sommer. Der erste Vorteil ist, es ist deutlich ruhiger, selbst wenn wir jetzt alle mit Herbstbergsteigen anfangen würden. Es fahren keine Seilbahnen, die Hütten sind zu, damit fallen fast alle Weitwanderer weg. Es ist insgesamt einfach sehr, sehr viel ruhiger. Glaubt mir das. Das nächste ist aber auch die Schönheit. Im Herbst rieseln die Blätter der Bäume herab. Alles ist bunter, abwechslungsreicher und einfach irgendwie schöner. Großer Vorteil für Sonnenaufgangsfans ist natürlich auch, dass ihr deutlich länger schlafen könnt, bis ihr aufsteigen oder aufstehen müsst. Deshalb ist der Herbst für mich insgesamt die coolere Jahreszeit. Ein Riesenthema ist vor allem das Wetter. Während wir im Hochsommer die Hälfte der Tage wegen eines Wärmegewitters zittern müssen oder eben im Stress sind, fällt das im Herbst großteils komplett weg. Auch die Stabilität des Wetters abseits der Gewitter ist insgesamt etwas besser. Vor allem die Prognosen sind tags davor sehr präzise. Es gibt selten das große, unvorhersehbare Schlechtwetterprogramm, zumindest hier in den Ostalpen. Und deshalb kann man natürlich auch besser planen. Aber kein Vorteil ohne Nachteil. Doch die Nachteile gleicht unsere Ausrüstung und vor allen Dingen die bessere Vorbereitung aus. Deshalb schauen wir uns jetzt die paar Ausrüstungsgegenstände an und auch ein paar wichtige Verhaltensweisen. Dafür packe ich meinen Rucksack zur Abwechslung jetzt mal nicht ein, sondern für euch aus und zeige euch das jetzt. Also ich würde sagen, wir schauen uns mal meinen Rucksack an. Ein paar Sachen habe ich schon ausgepackt, damit ihr das ein bisschen thematisch sortieren können. Aber im Großen und Ganzen fangen wir mal mit dem Rucksack an. Und normalerweise komme ich schon mit einem 22 bis 25 Liter Rucksack aus, auch wenn ich im Herbst unterwegs bin oder eben im Spät-Spät-Spät-Spät-Spät-Spät-Sommer. Weil in der Regel ist ja im Sommer in solchen 22 oder 24 Liter Rucksäcken schon vorweg relativ viel Platz und da ist relativ viel Luft drin. Im Herbst haben wir halt dann die Gelegenheit, das im Prinzip aufzufüllen. Vorweg möchte ich euch noch etwas fragen, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich experimentiere gerade ein bisschen herum, ob wir mehr solche Formate machen, in denen wir sozusagen so ein bisschen was hier handlich besprechen. Oder ob euch solche Formate interessieren, wo ich mir mit Einblendungen arbeite und im Hintergrund erkläre. Mich würde es freuen, wenn ihr mal ein bisschen was dazu in die Kommentare schreibt, was euch sympathischer ist, was euch besser gefällt, wo ihr besser aufpassen könnt. Wenn ich mehr um den heißen Brei rede oder alles ein bisschen kompakter, so wie an der Uni ist. Wie auch immer. Wir fangen mit dem aller, 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 allerwichtigsten an und zwar mit der Bekleidung. Wir haben im Herbst zwei Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist kalt. Die zweite Herausforderung ist windig. Und kalt ist ja grundsätzlich erstmal nur die Lufttemperatur. Doch windig ist immer, beeinflusst immer sehr, was für eine Art von Kleidung wir mitnehmen müssen. Vor allen Dingen, wenn der Wind kalt ist. Wenn die Lufttemperatur beispielsweise sehr hoch ist, aber der Wind quasi sehr kalte Luft mitbringt, das passiert im Herbst immer mal wieder, dann stehen wir vor der Herausforderung, dass wir eigentlich keine isolierende Kleidung im Sinne von warm mitbrauchen, sondern dicht. Und das ist sowohl für Jacke wie auch Hose ein Thema. Deswegen, die Hose liegt gleich hier heraus, denn die ziehen wir in der Regel gleich zu Beginn der Tour an. Überlegt euch, ob ihr im Herbst bei wirklich kalten Temperaturen, wenn jetzt noch nicht unfassbar viel Schnee liegt, trotzdem vielleicht auf Skitourenhosen, Softshellhosen, Hardshellhosen umzusteigen. Irgendwas, was den Wind unterm Strich draußen hält. Denn die Lufttemperatur kann manchmal, gerade im Herbst, jetzt vielleicht, je nach Höhe natürlich, auf 3000 Meter schon noch über die 2, 3, 4, 5 Grad klettern. Das war vor einigen Jahren noch nicht so, aber mittlerweile ist das relativ normal geworden. Deswegen überlegt euch solche Hardshellhosen oder auch Softshellhosen, Skitourenhosen, auch für Touren, bei denen ihr vielleicht eigentlich gar nicht mit Skiern oder Schneeschuhen unterwegs seid, weil die Funktionsweise natürlich immer gleich ist und ihr dadurch die Benefits von den Hardshellhosen trotzdem nutzen könnt. Das Gleiche gilt natürlich auch, und damit fasse ich schon mal in den Rucksack hinein, für die Jacken. Es ist umso wichtiger im Herbst, dass wir immer mit einer Softshell- oder Hardshelljacke unterwegs sind, weil eben der Wind, dieser eisige Wind, irgendwie draußen gehalten werden muss. Wenn wir es schaffen, den Wind komplett draußen zu halten aus dem System, dann brauchen wir auch drunter eigentlich gar nichts an. Bei meiner Tour, bei der ich jetzt diese Sachen hier getestet habe, für das Video, das jetzt am Freitag kommt, dabei habe ich zum Beispiel oftmals gar nichts drunter gebraucht. Also sowas wie die ganzen Isolationsschichten, die wir uns gleich anschauen, alles vollkommen unnötig, denn es ging wirklich nur darum, dass der Wind draußen bleibt. Und das war auf 3600 Metern, 3500 Metern, auf 3500 Metern stand ich dann teilweise nur mit der Jacke, weil es gereicht hat, wenn man sich bewegt hat. Klar, wenn man stehen bleibt, dann kühlt man trotzdem aus, aber im Prinzip, wenn nur der Wind der ausschlaggebende Faktor ist für die Kälte, dann reichen solche Hardshell-Materialien oftmals schon aus. Womit wir im Zwiebelprinzip natürlich auch gleich drunter kommen, wir müssen im Herbst, das ist noch viel wichtiger als im Sommer, auf ausreichende Isolation achten. Und deswegen empfehle ich euch hier, mit einem kleinen Backup-System zu arbeiten. Das heißt, ihr nehmt eine Lage mit, die ihr gleich mal anzieht, wenn ihr morgens losgeht, denn es wird so kalt sein, in der Regel so kalt sein, dass ihr bereits beim Start irgendeine Isolationsschicht drüber braucht. Ihr solltet aber trotzdem nochmal ein Backup mithaben, denn entweder das Ding wird ein bisschen feucht, weil man schwitzt, weil man es vielleicht nicht rechtzeitig ausgezogen hat oder weil man einfach leicht schwitzt, dann braucht man irgendeine Alternative, falls es doch nochmal kalt wird. Wenn man aber beispielsweise einfach nur am Gipfel sitzen will und vielleicht nochmal eine halbe Stunde Pause machen will, egal wo, dann ist es trotzdem wichtig, dass wir mehrere isolierende Schichten dabei haben, weil eine dann vielleicht nicht reicht, weil man doch recht auskühlt, gerade wenn die Sachen nass sind. Deshalb, sowohl einmal eine Daunenjacke, der große Vorteil der Daunenjacke, ich kann sie super klein komprimieren, ich kann sie auch im Rucksack nochmal ordentlich stopfen, das hier ist jetzt eine sehr dünne Daunenjacke, die Simon Alpinisen, hält aber wunderbar warm, die ist für so lange Pausen absolut geeignet und macht euch da auf jeden Fall auch die Mühe, euer Zeug mal wieder auszuräumen und nach der Jacke zu suchen und euch die anzuziehen in den Pausen, damit ihr eben nicht auskühlt und dann quasi wieder so einen Kaltstart hinlegen müsst, wenn ihr weitergeht. Gleichzeitig irgendwas, was Merino oder Vlies ist, was relativ gut atmet, das habt ihr quasi sozusagen immer dabei an, das hat den großen Vorteil, dass wir auf der einen Seite schon gewärmt sind, aber trotzdem belüftet sind, das heißt, wenn es nicht zu warm wird, wenn es nicht zu warm wird, dann bleiben wir relativ gut belüftet. Das mal zur großflächigen Bekleidung. Ganz wichtig, wenn ihr im Herbst in den Bergen unterwegs seid, schaut, dass ihr irgendein dünnes Stirnband mitnehmt. Dicke Stirnbänder, dicke Mützen etc. sind im Herbst definitiv zu viel, denn das sind ja keine Schellmaterialien, dem sind die Dichten ja jetzt nicht wirklich ab, sondern das ist dann meistens entweder Wolle, natürlich die gute Alpaka-Wolle, sonst kommt euch ja nichts ins Haus, aber die sind meistens relativ zu dick. Deshalb schaut, dass ihr was Dünnes mitnehmt, denn dünne Sachen gerade in den niedrigeren Lagen tun es in der Regel absolut. Das gilt sowohl für Handschuhe, Stirnbänder, Mützen und natürlich auch Schlauchtücher, denn gerade der richtig kalte Wind, da ist es dann manchmal doch ganz sinnvoll und auch notwendig, dass wenn man nicht krank werden möchte, dass man sich irgendwas vors Gesicht tun kann, da sind diese Schlauchtücher von 5 Milliarden verschiedenen Herstellern, einfach aus Vlies. Wenn Schnee irgendwo liegt, ist eine richtig gute Sonnenbrille verdammt wichtig. Schneeblindheit ist ein großes Thema, ist nicht nur ein Thema bei Leuten, die auf den Gletscher gehen, sondern auch ein Thema bei Leuten, die einfach im Schnee herum warten. Natürlich für alle Leute, die von euch Skitouren und Schneeschuh touren gehen, die wissen das bereits, aber für alle Bergsteiger, die einfach so im Frühwinter, sage ich jetzt mal, unterwegs sein wollen. Kauft euch wirklich eine gescheite Sonnenbrille, die kosten nicht allzu viel mittlerweile. Irgendwas von Kategorie 3 oder Kategorie 4 ist wirklich praktisch und schützt euch vor chronischer Schneeblindheit. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das werde ich euch hier oben irgendwo, ich glaube hier, hier werde ich es euch verlinken, glaube ich. Schauen wir uns auch kurz das Trinken an. Ich habe in meinem 22 Liter Rucksack hier, habe ich sowohl eine Trinkblase mit 2 Liter, die voll gefüllt ist, und dann nochmal eine kleine Flasche. Warum? Das ist die nächste Teppertefrog. Das Ganze hat zwei Gründe. Zum einen, wenn ich sehr hoch hinaus komme, kann es mir sein, dass mir das Mundstück meiner Flasche, also meiner Trinkblase einfriert. Dann komme ich nicht mehr am Trinken. Das ist nicht wirklich schlimm, weil ich kann mir beispielsweise, das kann ich euch mal in einem Short oder sowas zeigen, wenn euch das interessiert, ich kann mein Mundstück auch wieder aufwärmen, relativ einfach mit einem Trick. Aber das dauert halt alles. Und wenn ich gerade wirklich in der Situation bin, dass ich was trinken möchte und ich wirklich Durst habe, dann brauche ich irgendeine Notlösung. Und diese Plastikflaschen, die wiegen nicht allzu viel, nehmt keine Einwegflaschen. Denkt ein bisschen an die Umwelt, kauft euch einfach solche kleinen Tupperware-Flaschen oder was von einem Hersteller, der nicht lächerlich teuer ist halt, und füllt sie einfach mit Wasser auf. Der große Vorteil von den Dingern ist, ihr könnt auch Isos da reinkippen oder irgendein anderes Magnesiumpulver oder sonst was. Dann bleibt eure Trinkblase weiterhin sauber mit einem normalen Wasser und ihr müsst sie nicht immer so gründlich auswaschen und ihr habt sowas in der Flasche. Ich habe tatsächlich im Herbst manchmal mehr zu trinken mit als im Sommer. Was vor allen Dingen daran liegt, dass ich gerade, wenn ich auf langen Touren unterwegs bin, lange Tagestouren mache, dann kalkuliere ich im Sommer immer, ich finde irgendwo eine Hütte, da kann ich mir was besorgen. Ich finde irgendwo einen Brunnen, der noch läuft. Solche Geschichten. Ich plane da zumindest bei meiner Tourenplanung, wenn es geht, solche Dinge auch schon mal ein. Dann bin ich mit zwei Liter immer leicht unterwegs und fülle halt auf, wenn ich die Gelegenheit finde. Im Herbst sind alle Hütten zu, deswegen habe ich lieber ein bisschen mehr dabei. Vor allen Dingen im Herbst können die Touren auch überraschend sehr, sehr viel länger gehen. Wenn ich beispielsweise viel mehr Neuschnee habe, als ich erwartet habe, muss ich die Tour nicht gleich abbrechen, aber es kann sein, dass meine Tour einfach mal wirklich die Hälfte länger dauert. Wenn meine Tagestour angesetzt ist mit acht Stunden und ich nur Wasser für acht Stunden mitnehme, aber letztlich zwölf Stunden unterwegs bin, dann wird mein Wasser definitiv knapp. Deswegen habe ich ein bisschen ein Backup dabei. Im Sommer kann ich das Ganze deutlich, deutlich besser kalkulieren. Spricht nichts dagegen, dass man das tut. Schauen wir uns noch kurz die essentiellere Ausrüstung an, über die man noch ein bisschen sprechen muss, und zwar das Thema Steigeisen. Es ist im Herbst ganz, ganz schwierig einzuschätzen, ob man auf einem Berg auf Schnee treffen wird oder nicht. Meine Faustregel, ich hoffe, sie wird euch helfen, ist folgende. Ich habe ja hier auch noch natürlich die Spikes als Vergleichswert. Ob man jetzt Steigeisen oder Spikes nimmt, man kann sagen, die Steigeisen sind die erwachseneren Spikes und Spikes sind in der Regel, ich sage mal, zu 98% der Fälle absolut ausreichend. Wenn ihr wirklich viel blankes Eis habt und Pech habt, dann werden Steigeisen notwendig und dann steht ihr aber mit den Spikes ziemlich blöd da. Das sind dann quasi die 2% der Fälle. Es geht natürlich auch immer ein bisschen darum, wie die Wetterverhältnisse sich so verändern in den Winter hinein. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, dass ihr immer das eine oder das andere mitnehmen solltet. Vom Gewicht her nehmen sich hochwertige Spikes und beispielsweise die Petzl-Wazak nicht viel. Das heißt, ihr könnt da eigentlich sagen, wenn ihr das packt, dann nehmt lieber die 200-300 Gramm mehr und nehmt vernünftige Steigeisen mit. Für alle Leute, die Skitouren-Steigeisen haben, also Petzl-Leopard oder sowas in die Richtung, dann nehmt auf jeden Fall die. Dann müsst ihr nicht so ganz so schwer schleppen und dann seid ihr immer noch leichter unterwegs als mit den Spikes. Jedenfalls solltet ihr bei den Steigeisen darauf achten, dass ihr sie nicht immer gleich sofort anlegt, wenn irgendwo Schnee liegt. Die Steigeisen helfen euch im Schnee per se erstmal relativ wenig, gerade bei so ganz dünnen Neuschneeauflagen. Wichtig ist, was ist unter dem Schnee? Habt ihr sehr viel Eis und richtig schön blankes Eis, dann sind die Steigeisen jedenfalls eure Überlebensgarantie, gerade wenn es auf ausgesetzte Grate geht. Wenn ihr beispielsweise ich sag jetzt mal Hochtouren ohne Gletscher, also wirklich hohe Berge, die aber eigentlich keinen Gletscher haben, also ich sag jetzt mal Großer Hafner oder Habicht oder Schradenkogel, dann sind das Berge, wo ihr normalerweise nicht unbedingt Steigeisen mitnehmen müsst, wenn die Bedingungen gut sind. Aber jetzt im Herbst, wenn vielleicht ein bisschen Schnee fällt, dann ist es wichtig, denn was sich unter den Neuschneischdecken letztlich tut, hat es vorher drauf geregnet, dann durchgefroren. Das sind Dinge, die wissen wir alle nicht. Es gibt keine Hütte, die uns Auskunft geben kann. Deswegen packt lieber Sicherheitshalber Steigeisen ein, damit ihr für den Fall der Fälle vorbereitet seid. Neuschnee oder blankes Eis muss, wenn man ein bisschen erfahrener ist, kein Grund dafür sein, dass man eine Tour abbricht. Man muss einfach nur dementsprechend darauf vorbereitet sein. Das ist sehr situationsabhängig und das ist das ganz, ganz Schwierige im Herbstbergsteigen. Ich persönlich liebe das Herbstbergsteigen, mache es viel, viel lieber als im Sommer unterwegs zu sein. Aber man muss auf sehr viele Sachen achten, man muss für sehr viele Situationen ausgestattet sein und auf sehr viel vorbereitet sein. Und gleichzeitig kann es halt sehr oft sein, dass man den ganzen Krempel überhaupt nicht braucht, weil die Bedingungen ganz anders waren, als man sich das vorgestellt hat. Und deswegen ist es auch meiner Meinung nach die spannendere Disziplin, braucht aber definitiv auch den etwas, ja ich sage jetzt mal, ganzheitlicheren Alpinisten, gerade wenn man über die 3000 Meter Marke 3, 4, 3, 5 hinaus schaut. Dann wird es schon wirklich anspruchsvoll in vielen Fällen. Drunter ist es natürlich immer unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was ist der Untergrund? Geht ihr in der Wiesenlandschaft wandern oder geht ihr wirklich auch ins Karwendel, sage ich jetzt mal. Wir sind aber natürlich noch nicht fertig. Wir brauchen noch ein bisschen was und dazu gehört natürlich die Handschuhe, die habe ich jetzt nicht explizit besprochen. Nehmt euch hier immer ein dünnes und ein dickes Paar mit, wenn ihr wirklich hoch steigt, wenn ihr beispielsweise Touren auf 1500 Höhenmetern Differenz habt, dann werdet ihr unten dünne Handschuhe brauchen und oben definitiv die dickeren. dann beachtet das. Wenn ihr nur dicke mit habt, dann schwitzt ihr euch die unten durch. Ohne ist es zu kalt, mit ist es zu warm, die Dinger sind nass, oben sind sie useless. Nehmt einfach noch ein paar dünne mit, dann zieht ihr unten die dünnen an und wenn ihr merkt, sie sind zu warm, zieht ihr aus, passt, wenn ihr merkt, sie sind zu kalt, wechselt ihr auf die. Keine Raketenwissenschaft, aber deswegen einfach immer zwei Paar dabei haben, einmal dünn, einmal dick und die Sache ist gegessen und ihr habt keine Probleme. Erste Hilfe Paket, ändert sich absolut nichts zum Sommer. Ihr müsst nichts zusätzlich mitnehmen, was euch irgendwie hilft, denn ihr habt natürlich, dank der wahnsinnig guten Videos bei mir im Kanal, habt ihr natürlich euer Erste Hilfe Kit vollständig und komplett und müsst euch deswegen darum keinen Kopf machen. Das bleibt alles so, wie es ist. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade jemanden zitiert. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Kommen wir noch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich der Dunkelheit. Die Dunkelheit ist im Herbst, gerade beim, ich sage jetzt mal, exponierteren Bergsteigen, wahrscheinlich eine der gefährlichsten Probleme. Der Neuschnee ist gefährlich, Blankeis ist gefährlich, alles gefährlich. Dunkelheit, wahnsinnig gefährlich. In der Nacht, wir haben jetzt tagsüber Temperaturen, die gehen in die 20 Grad talseitig. Nachts kühlt es hier ab auf 8, 5 Grad, 3 Grad, in höheren Lagen, minus 5 Grad, je nachdem, an welchen Tag man schaut und so weiter. Beachtet das. Wenn ihr in der Dunkelheit feststeckt, dann sind und die Temperaturen sinken ab. Dann habt ihr mit einem Biwaksack immer noch keine schlechten Chancen. Aber eure Chancen sinken rapide mit der sinkenden Temperatur. Das bedeutet, achtet darauf, dass ihr eine voll aufgeladene Stirnlampe, entweder mit Akku oder mit Batterien, vollkommen egal, dabei habt. Und natürlich, wenn ihr sagt, ihr habt eine sehr lange Tour vor, 2000 Höhenmeter, 30 Kilometer, kann man im Herbst trotzdem machen. Nur eine Sache müsst ihr bei der Tourenplanung sofort schon berücksichtigen. Entweder ihr geht direkt im Dunkeln los, dann braucht ihr die Stimmlampe, oder ihr endet die Tour im Dunkeln. Denn wenn ihr eine Tour ansetzt auf 12 Stunden beispielsweise oder 13 Stunden und vielleicht noch einen Puffer einrechnen müsst, Stunde für, sag ich jetzt mal, unvorhergesehene Situationen, dann seid ihr bei 13 Stunden. 13 Stunden bedeutet im Oktober und November, ihr müsst entweder in der Dunkelheit starten oder die Tour in der Dunkelheit beenden. Ich persönlich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, bin eher ein Freund davon, eine Tour im Dunkeln zu starten, als sie im Dunkeln zu beenden. Denn bei der Dunkelheit am Morgen weiß ich, die geht vorbei. Bei der Dunkelheit am Abend weiß ich, die geht erst vorbei, wenn ich vielleicht erfroren bin. Deswegen habe ich sie lieber im Morgen im Einsatz und nicht am Abend. Da bin ich lieber schon im Auto oder zu Hause. Und wie schon angesprochen, definitiv auch ein Biwax-Sack ist notwendig. Wie gesagt, die sinkenden Temperaturen bergen ein absolutes großes Risiko dafür, dass wir sehr viel schneller auskühlen. Es muss nicht unbedingt ein großer, stabiler, robuster Biwax-Sack sein. Diese Dinger sind natürlich vorteilhafter, aber auch schwerer. Ich verstehe, wer leicht in den Bergen unterwegs sein will, der kann sich aber natürlich dann auch trotzdem diese Not-Bee-Wees von Rapp oder Ottovox oder sonst wem holen. Die funktionieren auch. Die richtig vernünftigen Biwax-Säcke, die halten ein bisschen besser. Vor allen Dingen, sie sind halt auch ein bisschen besser davor geschützt, dass sie kaputt gehen. Das ist ein Plus, aber wie gesagt, sie sind auch ein Stück schwerer, ein Stück größer. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Diese Entscheidung kann ich nicht abnehmen. Absolut indiskutabel ist, dass irgendwas in die Richtung dabei sein muss, weil ihr sonst in einer Notsituation definitiv keine Chance habt, auf einem exponierteren Berg die Situation zu überleben. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht. Im Herbst, wenn die Temperaturen tagsüber so schön warm sind, haben wir das Gefühl, dass es super ist, aber sobald die Temperaturen absinken, wird es problematisch. Und das ist halt immer nachts der Fall. Und deshalb achtet da wirklich darauf, dass ihr einen Biwax-Sack dabei habt. Das ist eine lebensverlängernde Maßnahme, wenn ihr in einer Notsituation seid. Grundsätzlich passt eure Ausrüstung immer ein bisschen den Situationen an. Heute liegt kein Schnee auf 3400 Meter. Übermorgen liegt vielleicht Schnee. Das ist wirklich sehr individuell zu beurteilen. Schaut euch da einfach vielleicht die ein oder andere Webcam an oder schaut euch die Wetterlagen der letzten Tage an. Dann könnt ihr euch selber zusammenreimen, ob da jetzt noch Schnee oben liegt oder nicht. Egal auf welchem Ziel, auf welches Ziel ihr euch eingeschossen habt. Das ist dann vollkommen unabhängig davon. Das könnt ihr euch dann selbst zusammenreimen. In diesem Sinne ist aber die Ausrüstung jetzt auch komplett. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr gerne im Herbst Bergsteigen geht. Ich möchte an der Stelle nochmal explizit dafür plädieren, dass ihr mal euren Bergurlaub auch in den Herbst legt. Einfach mal, um es auszuprobieren. Wenn es scheiße war und sich die Ehefrau beschwert, dann einfach dieses Video hier zeigen. Das ist sicher besser als jeder Eheratgeber. Stell dir das mal vor. Das ist alles scheiße hier. Es regnet, es ist die ganze Zeit dunkel, es ist windig kalt. Aber schau dir doch nochmal das Video an. Der Sebastian hat gesagt, der Herbst ist total schön. Ich zeig dir gleich, was schön ist. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Herbstzeit und bis zum nächsten Mal. Bergheil!